Und in Berlin begrüße ich sehr herzlich Frank Steffel. Er ist im Sportausschuss des Deutschen Bundestages. Einen schönen guten Tag nach Berlin. Guten Tag, Herr Saar. Herr Steffel, dieser FIFA-Skandal, der jetzt rollt, haben Sie ihn kommen sehen, dass er irgendwann kommen musste? Na ja, es gibt seit langen Jahren, man muss sagen Jahrzehnten, ja immer wieder Gerüchte, auch Einzelfälle. Und selbst bei der ersten Wahl Blatters 1998 hat der damalige DFB-Präsident Egidius Braun gesagt, das war Betrug, das war Korruption. Blatter hat sich damals gegen den UEFA-Chef Herr Hansson durchgesetzt. Und insofern ist das gesamte Gebilde, wo es um sehr viel Geld geht, offensichtlich sehr anfällig für Menschen, die dann gut überlegen, für was sie, wohin, welche Stimme vergeben. Es ist ja auch Ihr Job im Sportausschuss, darauf genau zu achten, wenn Macht zu Korruption wird und wann eben nicht. Wie korrupt ist die FIFA Ihrer Erfahrung nach oder wie wenig korrupt dann unterm Strich doch? Also ich glaube, das ist ein sehr, sehr differenziertes Thema und auch ein sehr differenziertes System. Die 209 Vertreter in die FIFA werden ja von den nationalen Verbänden entsandt. Und natürlich sind die demokratischen, gesellschaftspolitischen Verhältnisse in Mittel- und Südamerika, in Afrika, in Teilen von Asien, in vielen Kontinenten dieser Welt nicht vergleichbar mit denen in Mitteleuropa oder in Nordamerika. Das beginnt bei der Justiz, das endet übrigens bei der Politik und das geht natürlich auch bis in die höchsten Kreise von Sportfunktionären, sodass internationale Verbände immer in der Gefahr sind, ja hier dominiert zu werden von Menschen, die keinen demokratischen Hintergrund, keinen rechtsstaatlichen Hintergrund haben, wie wir ihn in Europa kennen. Insofern würde ich das System Blatter auch nicht auf Sepp Blatter reduzieren, sondern ich glaube, insgesamt müssen wir im Sport Regeln finden, wie Abstimmungen transparent organisiert werden, wie man Geldströme vernünftig organisiert und transparent gestaltet. Denn das ist ja offenkundig der große Erfolg von Blatter. Er hat in den langen Jahren seiner Arbeit bei der FIFA, die FIFA von einem unbedeutenden Unternehmen, das 200 Millionen Umsatz machte, zu einem Milliardenkonzern entwickelt. Und er nutzt diese Gelder, man könnte negativ sagen, um sich Sympathien in der ganzen Welt zu kaufen. Man könnte positiv sagen, um den Fußball in der ganzen Welt zu entwickeln. Und das ist ein Teil seines Systems und sicherlich auch ein Teil seines Erfolges. Jetzt haben Sie eben einen Punkt angesprochen, den auch Michel Platini gestern sehr eindrucksvoll angesprochen hat. Wenn ich einen Funktionär habe, der von Fußballspielern der Vorsitzende ist, die noch nicht mal genügend Schuhe haben, um Fußball zu spielen, und dann gebe ich sozusagen eine große Spende, ist doch klar, dass der mich quasi in den Zustand eines fast Heiligen erhebt und mich jederzeit wiederwählen wird. Das heißt, so wie ich Sie verstehe, das System Blatter ist es gar nicht, sondern es ist dieses Machtgefälle und diese Anfälligkeit für Korruption. Das heißt, wir haben eigentlich, selbst wenn wir Blatter jetzt abwählen würden, wieder so ein System nach wie vor, oder? Also ich glaube, die reine Abwahl von Blatter ändert nicht viel. Und die Frage, ob alternative Kandidaten das dann besser und unabhängiger und weniger korrupt und transparenter machen, die wird ja erst die Zukunft zeigen. Wichtig ist, dass die Organisation sich weiterentwickelt und dass man demokratische rechtsstaatliche Prinzipien durchführt. Insofern ist es auch ein deutlicher Fortschritt, dass die Schweizer Justizbehörden jetzt wirklich massiv hier auch einmal vorgehen. Denn man hatte ja von außen bisher den Eindruck, dass auch die Schweiz eine Insel der Seligkeit ist und nicht nur aus steuerlichen Gründen viele Spitzenverbände in der Schweiz sind, weil sie dort eben relativ unbehelligt ihre Geschäfte machen können. Im Übrigen muss man zu den europäischen Verbänden sagen, zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass beispielsweise Platini sich massiv für Katar eingesetzt hat, dass übrigens auch die deutschen Vertreter nach allem, was man weiß, für Katar gestimmt haben. Und dass hier der europäische Fußball sich auch kritisch prüfen muss. Barcelona hat kurz nach der Entscheidung als Hauptsponsor Katar gewonnen. Der Sohn von Platini ist für sehr viel Geld bei einer Tochter, der Kataris beschäftigt. Der Bayern-Vorstand Rummenigge wurde mit 250.000 Euro Rolex-Geschenken aus Katar am Flughafen bei einem Zollvergehen erwischt. Ich will nur sagen, wir sollten aufpassen, dass wir nicht nur mit dem Finger auf andere zeigen, sondern durchaus auch in Europa unsere Hausarbeiten machen. Könnte denn jetzt die Brücke Fußball, die ja weltumspannend ist und die sozusagen Menschen übernational auch in gemeinsame Freudentaumel stoßen kann, könnte diese Brücke Fußball nicht auch genutzt werden, um weltweit ein Exempel zu setzen, um zu sagen, Korruption, es lohnt sich nicht? Ja, ich habe auch den Eindruck, dass die Maßnahmen, die die amerikanische Justiz jetzt im Zusammenwirken mit der Schweizer Justiz vorgenommen haben, sicherlich den ein oder anderen Funktionär nachdenklich stimmen. Denn es gibt natürlich schönere Orte für verwöhnte Sportfunktionäre, als sich in Haftzellen Schweizer Gefängnisse wiederzufinden. Losgelöst von dem Reputationsverlust und dem gesellschaftlichen Ansehen, was hier natürlich auf dem Spiel steht. Insofern kann man nur konsequente Verfolgung einfordern. Man muss jetzt schauen, wie dicht die Beweislage ist, ob das auch gerichtsfest ist. Und ich bin sicher, dass das im Moment die Spitze des Eisberges ist und dass es viele kleine und größere Vorgänge gibt in den letzten 20, 30 Jahren, seit so viel Geld im Spiel ist bei internationalen Sportveranstaltungen und hier noch viel Aufklärungsarbeit zu leisten sein wird. Gilt das eigentlich jetzt mal losgelöst von Blatter, von der FIFA, gilt das eigentlich insgesamt für den Spitzensport, dass er sozusagen zu einer Korruption neigt? Ich denke da an Spitzenradfahrverbände, ich denke da an Spitzen-Eishockeyverbände, wo auch große Gelder fließen und so weiter und so fort. Also ich glaube, wenn sehr viel Geld im Spiel ist und die Kontrolle schwierig ist und es dann noch um vermeintlich demokratische Entscheidungen geht, dann ist das ein Gemisch, was einfach gefährlich ist. Es kommt auf wenige Stimmen an. Nehmen Sie die Entscheidung für Fußball-Weltmeisterschaften. In der Regel geht es um ein, zwei, drei Stimmen. Es sind mittlerweile Milliardenbeträge im Spiel und da ist natürlich die Versuchung für alle Beteiligten sehr groß, ja legal, illegal, halblegal nachzuhelfen, dass Entscheidungen im gewissen Sinne getroffen werden. Insofern muss man auch über die Vergabe dieser Großveranstaltungen kritisch diskutieren. Man muss hier Transparenz einfordern. Das ist leicht gesagt und übrigens auch nicht ganz einfach getan. Aber sicherlich liegt in der wirtschaftlichen Dynamik von Sportgroßveranstaltungen ein Teil des wachsenden Problems der letzten Jahrzehnte. Dann wünsche ich Ihnen in der Arbeit im Sportausschuss des Bundestages viel Erfolg. Gerade was das, ich sag mal, Austrocknen solcher Sümpfe angeht. Ich sage vielen Dank für dieses Gespräch. Frank Steffel war das aus Berlin. Ich danke Ihnen, Herr Saar.